Gülcan Kamps, 42, ist zurück im TV. Sie ist nicht nur als Kandidatin der aktuellen Die Verräterstaffel bei RTL Plus zu sehen, sie feiert auch ihr Comeback als Moderatorin. Vor 20 Jahren fing alles bei Viva an, blickte Kamps Mitte September bei Instagram auf ihre Anfänge zurück. 5000 Menschen wurden für den Job bei Viva gecastet und ich war dort, weil ich eine Wette verloren hatte. Mehrere Studienplätze unter anderem in Kiel und Rostock warteten auf mich und es war dieser eine Tag, der mein Leben veränderte. Das Viva-Casting in Köln. Studiert habe ich später trotzdem. Nicht BWL, sondern Ökotrophologie. Die gebürtige Lübeckerin war von 2003 bis 2010 Moderatorin bei dem Musiksender Viva. Sie führte durch verschiedene Formate wie Viva Live oder Interaktiv. 2005 moderierte sie auch den Viva Musikpreis Komet gemeinsam mit Stefan Raab, 57. 2006 präsentierte sie Bravo TV auf ProSieben und hatte bei dem Sender auch eigene Dokusop-Formate, wie Gülcan und Colleen Ziehen aufs Land und Gülcans Traumhochzeit. In letzterem wurde ihre Hochzeit mit Unternehmer Sebastian Kamps, 42, begleitet. Die beiden haben mittlerweile ein Kind, das 2021 geboren wurde. Auch als Schauspielerin, uh, ah, alle lieben Jimmy, oder Sängerin probierte sich Kamps bereits aus. Im TV war sie 2013 bei Let's Dance dabei oder nahm 2024 an Splash. Das Promi-Pool-Quizteil. Ein weiterer TV-Auftritt ist bereits bekannt. In der neuen Staffel Das Duell um die Welt, Team Yoko gegen Team Klaas, Samstag, 19. Oktober auf ProSieben, wird sie sich neben anderen Promis einer Herausforderung stellen. Doch zu ihrem Moderations-Kommeback kommt es an anderer Stelle. Styling-Duelle und Immobilienträume. Zum einen wird Gülcan Kamps auf Sport 1 mit einer Fashion-Show an den Start gehen. Ab Dienstag, 15. Oktober, Dienstags bis Freitags ab 18 Uhr. In MyStyle Rocks wird eine Jury bestehend aus Harald Glöckler, Larissa Marold, Andreas Wendt und Sandra Baugnecht das Styling von zwölf Kandidatinnen bewerten. Sie müssen Themen des Tages und eine Challenge am Ende der Woche meistern. Bei einer zu niedrigen Punktzahl droht ihnen das Aus. Am Ende der Sendung, die Kamps als Moderatorin präsentieren wird, soll die stilvollste Frau des Landes ein Preisgeld von 20.000 Euro gewinnen. Zum anderen nutzt Gülcan Kamps ihre Liebe zur Urlaubsinsel Mallorca und ihre Leidenschaft für Immobilien für das TV. Beide Faszinationen verbindet die Immobilienmaklerin, Influencerin und Podcasterin für ihre neue RTL-2-Show Mallorcas Traumhäuser mit Gülcan Kamps. Den Zuschauern zeigt sie dabei Luxusdomizile, die dem Auge der Öffentlichkeit normalerweise verwehrt bleiben. Auf dem Programm stehen die Besichtigungen einzigartiger Traumhäuser, ein an ein Kreuzfahrtschiff angelehntes Designhaus mit dem wohl teuersten Quadratmeterpreis der Insel oder ein frisch renoviertes ehemaliges Kloster in prominenter Nachbarschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017